ich begrüße euch gleich zu einer neuen folge cities skyline ich habe echt meine hand hier ganze zu halten ja auf jeden fall in der letzten folge ich habe keine was ich ja gemacht habe ist schon wieder was länger her ach ja stimmt wir haben endlich alle gebiete frei gekauft wir sind endlich unter über die 70.000 gekommen hier unten ich markier es extra mal mit meiner maus damals 70.000 haben also endlich eine mega metropol das heißt wir können endlich überall bauen wo wir wollen oder wir können halt noch frei kaufen aber ich habe das jetzt hier mehr als genügend ausgeweitet unser stadtgebiet fürs erste was wir als allererstes machen werden ist auf jeden fall ich möchte den anschluss hier erst mal bauen von hier nach hier habe ich ja gesagt werde ich machen wenn wir dann endlich mal da hinkommen im endeffekt ja wenn wir das jetzt mal gerade tun und machen wir hier play einfach mal an der stelle und benutzen unser parallel tool in dem wie pass auf wir nehmen einfach wenn wir hier diese neue straße nämlich diese müsste diese sein nur wählen eine aus wir nehmen die two-way bridges ist ja nicht so schlimm und noch machen direkt dann da hinten unsere brücke hin die dann auch am besten gerade rüber führen soll wir müssen noch die weiter erhöhen die kannst du nämlich hier wird erhöhen genau nämlich hier da kann man dann also wie weit das hier voneinander entfernt ist kann man nämlich damit einstellen das sehe dann so aus und dann müssen wir das aber hier weg machen und müssen das noch mal updaten das ganze wenn wir updaten das einfach mal moment dann ist das erstmal jetzt glaube ich normal updaten sprich hier das sagen wieso lässt er mich das nicht machen und dann müssen wir sekunde müssen wir wieder hier drauf gehen da drauf und dann machen wir wieder so und dann ist es scheiße okay kein problem machen wir das doch anders wir bauen es einfach noch mal neu habe ich jetzt noch mal nicht auch gemacht und bauen das bis hier logischerweise aber das nämlich genau parallel hier zueinander keiner wieso er mir das hier wieder runter baut aber das ist halt city skylines das möchte manchmal einfach sachen durchbringen die es einfach nicht durchbringen soll aber es einfach mal von sich aus tut das heißt wir müssen jetzt hier wieder nach oben bringen auf dieselbe höhe moment so und dann hängt das natürlich auch noch hier ein bisschen durch müsste dann so sein und hier hängt es dazu logischerweise dann auch wieder noch durch ein stück das ist dann so dann müsste es eigentlich komisch jesus gerade ich habe sie jetzt hoch gesetzt sich gerade kein problem wir passen das auf den millimeter genau an ja so ist gut perfekt so dann würde ich sagen bauen wir hier eine wunderschöne verbindung mal hin wie bauen wir das denn wie bauen wir das wie bauen wir das also ich bin ja echt ein fan davon geworden dass zu bauen wie ich das hier hinten gemacht habe hier bei the face also hier dass ich quasi eine rübersetze und das dann hier so rein schlänge weil das ist eigentlich ganz geil so und ich würde sagen das machen wir hier genauso das heißt ich gehe hier gehe ich rüber dasselbe auch hier hier gehen wir rüber ich muss das noch in die andere richtung bauen natürlich logischerweise nein möchte nur die stücke haben die in die andere richtung gehen nämlich so genau und dann theoretisch wollen wir das ganze hier eindrehen machen wir es mal großzügig moment dann passt der winkel aber nicht so ganz ich müsste theoretisch bis da quasi hingehen ne ich möchte ja so kommen im endeffekt hm ja ok vielleicht sollte ich mal gerade hier das ganze mal auf eine ebene bauen wäre glaube ich gar nicht mal so unklug dass wir eben hier gerade haben so wir machen ein bisschen großzügiger großzügiger das ganze und dann müssen wir oh ich muss mal hier gucken das sieht aber nicht so toll aus mit der straße pass auf ich würde sagen pass auf wir machen es mal anders pass mal auf ich habe ich habe eine idee und zwar wir bedienen uns mal dieses tools ich habe zwei jetzt genommen ne zwei das ist eine das sind zwei wir machen mal eine dann wieder zwei dann wieder eine oder denke ich jetzt falsch ne moment ich muss eine nehmen aber zwei machen so wäre es richtig genau so wäre es richtig und jetzt muss ich es quasi anschließen also in der theorie müsste es so sein heißt ich nehme das quasi so passt das noch so an und gehe dann hiermit quasi runter ne dass ich auf dem boden quasi bin dann kann ich das nämlich so schön ein drehen dass das hier nämlich wunderschön passt noch ein bisschen höher gehen so und dann gucken wir mal gerade von oben dass wir hier einen schönen winkel hinkriegen am besten so oder genau und dasselbe machen wir jetzt auf der anderen seite also wir nehmen zwei gehen ein rüber das ist dann der gehen ein rüber und gehen zwei in die richtung bumm und dann nehme ich mir das stück von da wieder und drehe das ein ne machen wir mal so drehen das ein da habe ich jetzt keine genaue ähm dingens ja jetzt genommen aber wir gucken von oben einfach dass es passt sieht sehr komisch aus aus diesem blickwinkel es ist mir auch aufgefallen trotzdem wenn wir das so nehmen dann gehen wir auch hier runter machen es ungefähr auf dieselbe höhe das war ungefähr hier würde ich sagen dann müssen wir nur halt den winkel hier hinkriegen anständig dass der dass der gut aussieht aber ich denke mal der sieht eigentlich so schon ganz gut aus ne ja so ist okay dann müssen wir das ganze eigentlich nur noch anschließen theoretisch dann können wir das eigentlich so machen und dann anschließen dann sind wir da quasi schon auf der sicheren seite dasselbe auch hier so und so ja sieht doch gut aus oder ich finde das sieht auch nicht mal so schlecht aus bumm habe ich da einen wunderschönen Anschluss gebaut und hier ist jetzt warum ist denn jetzt hier eine Ampel entstanden Leute 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 warum ist denn jetzt hier eine Ampel entstanden die wollen wir hier nicht das ist ja Blödsinn ne so aber dennoch würde ich sagen machen wir hier dann eine Vierfache draus wobei es wäre schlauer wenn ich das tatsächlich dann hier schon ändere in Zweifachen nur weil damit ich das besser aufteile guck mal kurz wie das aussieht wenn ich das jetzt in zwei aufteilen würde erst mal verpacken am Tag dauert immer was länger danke sehr wäre dann ja so und wäre so so wäre das quasi richtig dann haben wir hier den Übergang quasi müssen wir es nur noch von da nach da anschließen theoretisch pass auf dann nehmen wir uns den äußersten Punkt den wir hier haben und ist das hier gleich ne es ist nicht ich würde sagen hier ein nach da und rüber ne ist Blödsinn ist ja Quatsch ich muss das ja so bauen oder ich nehme mir quasi einfach die Entfernung von hier nach da und schließe es einfach an weiß ja nicht warum er mir das wieder so baut das ist halt wieder typisch City Skylines aber wenn er mir das hier auch genauso macht das ist nicht schlimm dann baue ich es mir selber richtig macht er tatsächlich sogar nicht schlimm ähm das sieht von weiter oben sieht es zu eckig aus okay äh kein Problem genau dämlich ich möchte das gerne in die andere Richtung haben so wollen wir es haben so das heißt wir ändern das ganze hier hier müssen wir es ein bisschen höher wieder gehen und wie hier so hier werden wir ganz nah an die normale rangehen an die normale Autobahn und dann versuchen wir das hier so gut es geht zu integrieren das müsste ja theoretisch so fließend sein dass wir das dann quasi so übernehmen können Moment so oder wollen wir das so nehmen dass du halt so die Kurve und dann hier auffährst bin ich damit fein es wäre eigentlich cooler wenn es hier ganz gerade wäre ne wollen wir das Stück rausnehmen und das auch von hier nach da anschließen pass mal auf wie sieht das denn aus von da nach da pass auf wir machen das daneben machen hier einfach so einen Bogen rein und machen den dann so dann machen wir hier eine Vierfache draus weil ja hier dann der Verkehr aufeinander fällt oder ähm läuft ne Strong S zack dann führen wir es automatisch hintereinander und dann ist es okay dann machen wir nämlich hier eine Zweifache draus pass auf es wäre sogar noch besser wir machen hier eine Zweifache draus ja warte das will der jetzt wieder nicht logischerweise Moment Kleine City Skylands Problem Moment Lass das mich so machen ne lass das nicht Lass das mich so machen ja jetzt reicht es ihm dass er sagt alles klar Sebastian das ist eine coole Sache für mich das ist auf jeden Fall bugfrei wenn du das so machst vorher natürlich nicht so und jetzt nochmal zack Strong S und die fahren ineinander perfekt so soll es sein so ist es gut auf jeden Fall dasselbe machen wir dann auch hier auf jeden Fall hier werden wir das auf 4 erhöhen weil es sich hier ja aufteilt aber das überlasse ich den Autos hier selber und von hier nach da das ist perfekt eigentlich muss ich das nur hier schöner lösen das sieht nämlich hier scheiße aus aber das kriegen wir denke ich hin müssen das ganze so bauen und so machen vielleicht hier nur erhöhen genau wie hier merke ich gerade es ist hier etwas zu steil pass auf das werden wir jetzt gleich mit einer mit einem Kai machen ne so genau dasselbe auch nochmal hier ein Stück erhöhen nur dass der Verkehr hier schön rüber fließt guck mal hier so das ist doch das ist doch nice und hier sind es ja eh 4 das heißt wir können es dann nämlich auch hier sofort mit Strong S zusammenführen genau wie hier Strong S wie hier die 2 auseinanderführen und dann haben wir hier den perfekten den perfekten den perfekten Übergang würde ich sagen und dann haben wir das so fertig würde ich sagen ich will das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus ne würde ich behaupten warum brennt mein Vieh hier oben Robert Cook was für eine tolle Stadt ah ja ok ja ist fertig würde ich sagen ne sieht gut aus können wir tatsächlich so lassen äh ja mit dem Rest bin ich eigentlich relativ fein würde ich sagen jetzt machen wir hier nur noch einen Kai hin damit das hier etwas schicker aussieht weil hier das ist ein bisschen ja oder pass auf genau ist die Idee ich mach das hier noch ein Stück nach hinten genau guck mal dann brauche ich den Kai nämlich gar nicht guck mal so dann ist es noch in der Richtung natürlich sag ich mal ähm genau ja das ist okay ne würde ich sagen ja guck mal vielleicht hier noch ein paar Zentimeter runter äh ungefähr so dann ist das hier unten relativ gut geschlossen dann habe ich hier einen sauberen Übergang in die nächste oder in die Autobahn ja lass ich so sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus aber wobei hier das diese Ecke gefällt mir nicht ne kriege ich das noch hier schöner hin mit einem schöneren sauberen Übergang irgendwie so geht das nicht das sieht doch auch ganz gut aus oder ja hier ist der Übergang so komisch jetzt geht es ja aber gerade eben hatte ich ja hier so diese Ecke aber ich finde so ist es eigentlich so ist es in Ordnung ja hier geht ja also hier geht ja 100 gar nicht ne warte mal hier müssen wir ja drastisch mal die Geschwindigkeit verringern hier darfst du echt nur mit 50 lang eiern mal ganz ehrlich ne hier kannst du auf 80 schon mal Gas geben oder hier auf 80 ne weil hier bist du ja relativ gerade aber hier das Stück hier musst du auf 50 gehen das geht gar nicht ne du musst hier das heißt ich muss hier auch wir müssen hier 80 machen das Stück wir müssen das Stück hier 80 machen genau wie hier das geht gar nicht du musst hier mit ne hier mach mal 70 draus und dann hast du hier 80 dasselbe auch hier ich mach hier zwei mal 80 weil dann kannst du hier mit 80 dann kommst du halt hier drauf bremst runter auf 80 wobei dann kann ich die ganze Kurve eigentlich auf 60 machen ne 60 machen wir mal 60 komm 60 kmh hier auf der Kurve also sonst ist es zu extrem dann machst du hier 80 hier kannst du beschleunigen hier bist du auch noch bei 80 hier geht auch noch 80 und ab hier machst du 60 hier musst du auch 60 runter genau und dasselbe ja hier ist halt ein Fädel Kram, Zeug, gedrissen ist halt, ja ist halt ist halt schlecht würde ich sagen aber okay das müssen wir halt machen ja hier das muss auch deutlich weiter runter ich finde hier musst du warte mal hier müssen wir entschleunigen das heißt hier kommen wir auf 80 runter und gehen hier auf 60 genau weil du ja hier drauf fährst genau und hier musst du ja entschleunigen das heißt du musst den Leuten von hier auf 500 musst du hier sagen 80 damit die hier runter kommen damit die hier mit 50 runter können und dann kannst du hier wieder mit 80 kannst du durchfahren ne ja ist eigentlich die Idee und hier kannst du ja eben mit 100 durchfahren weil du fährst ja sowieso den Weg hier lang oder ist das dumm gedacht ist nicht dumm gedacht oder ist glaube ich richtig oder würde ich behaupten ja so ist ein besserer Verkehrsfluss auf jeden Fall ja habe ich den Anschluss endlich gemacht hat jetzt zwar eine ganze Folge gedauert aber ich meine hey dafür ist der umso schöner geworden weil ich bin ganz ehrlich der sieht also wirklich der sieht super aus bin ich mal ganz ehrlich also den hätte man schlechter hätte man nicht bauen können finde ich den Anschluss hier ne sieht zwar ein bisschen aus wie ein Phallus aber äh egal auf jeden Fall ist es nicht schlecht geworden so ja oh wir haben eine riesige Nachfrage nach Wohngebieten da werden wir auf jeden Fall noch dran bauen ich würde sagen jetzt wollen wir eben noch ein bisschen am Flughafen noch die 2-3 Sachen die ich machen wollte denn wir haben jetzt am Flughafen ja auch Level 2 schon erreicht gehabt das wollte ich auf jeden Fall auch noch machen warte mal wie sieht eigentlich unsere Attraktivität aus die sieht nämlich nicht gut aus wir haben nur 400 wir bräuchten 1000 und wir bräuchten noch 5000 Passagiere kein Problem wir werden auf jeden Fall jetzt die mittleren also die mittelgroßen Flugzeuge jetzt hier landen lassen das machen wir nämlich hier jetzt hin ne die kommen jetzt hier hin die mittelgroßen Flugzeuge die machen wir hier schön nebeneinander warte hier ich hab Road Energy an sich gerade Moment wenn wir da ausmachen das muss auch aus Moment dann muss ich den hier ich muss den nur richtig packen Moment wo habe ich den ich habe ihn gerade gehabt ganz kurz irgendwo habe ich ihn gerade gehabt da da ist er ganz kurz löscht da auf ich brauche den großen Kreis nämlich nicht den kleinen da ah ah Mensch wenn du mal was machen willst mit dem Tool ne ah manchmal ist es echt zum Mäuse melken so ja jetzt ja ich weiß so kommt da halt hier hin so der kommt dann hier rüber und dann haben wir auch genau haben wir Strom so hier kommen jetzt die mittelgroßen Flugzeuge das heißt wir müssen hier auch noch eine Start- und Landemeine setzen äh wo haben wir das hier das haben wir genau hier kann ich jetzt das Bahnterminal nämlich setzen Hochbahnstation brauche ich jetzt aber nicht aber ich brauche was ist das eigentlich nochmal Luftfahrtmuseum zum ah zentral ja stimmt für die Fluglinie man kann sich nämlich später eine Fluglinie auch bauen genau hier erstmal das Ding für die für die ähm 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 hier was steht da ähm Fluglaunch genau dass wir die nämlich auch mal haben wir bauen zwei Stück bauen wir hier hin wir bauen eine hier hin und eine erstmal hier hin weil die werden wir eh noch verschieben müssen weil wenn nämlich hier später die großen Flugzeuge dran sind wird es eh kompliziert ich kann aber auch wenn ich will kann ich auch theoretisch ähm das ganze noch erweitern hier indem ich mir nämlich sage zum Beispiel ähm ich verschiebe den hier ich will es jetzt nochmal zeigen ne ich will es nochmal grad zeigen können wir noch hin ja wir sind schon mal zwar quasi durch aber ich könnte jetzt auch theoretisch mir diesen Hub hier nehmen diesen großen ne diesen Knotenpunkt da ist nämlich U-Bahn drin das ist nämlich das ganz geile da dran hau den Hub quasi hier vorne hin mach den extra das schon mal so denn kann man jetzt kann man den nämlich hier verbinden und dann hat man hier eine Erweiterung vom Terminal dann ist das Terminal nicht nur mehr das sondern auch das noch hier und da kann man dann wiederum kann man auch Flugzeuge dran stellen weil das ist ja auch ein Terminal ne guck mal hier da kann man dann komplett rundherum den Terminal stellen finde ich sehr nice eigentlich Problem ist wir haben nicht so viel Platz mehr wir müssten gucken ich muss das sowieso noch hier erweitern das Ganze dass der Flughafen noch bis hier hin geht aber ich würde sagen das machen wir in der nächsten Folge weil wir haben jetzt wirklich nicht mehr genug Zeit lasst uns das in der nächsten Folge machen denn wir sind am Ende der Folge angelangt meine Lieben ich würde sagen wenn ihr Anregungen habt Leute für mich in diesem Let's Play wenn ihr irgendwelche Tipps für mich habt irgendwelche Straßen haben die ihr haben wollt irgendwelche Stadtgebiete die ich mal bauen soll lasst mich gerne wissen in den Kommentaren schreibt es mir gerne rein würde sagen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Settys Gardens macht's gut bis dann dann Ciao wir sind absurd wir sind wir sind wenn wir wir sind Untertitelung des ZDF, 2020